So, wisst ihr was Leute? Nee, wir machen heute keine Nachtmissionen, nicht die letzte, um das letzte Gebiet, um das dritte Gebiet 100% zu machen, denn es ist wirklich immer cool, so zwei Nachtmissionen in einen Part reinzustecken und das wäre jetzt bloß noch eine, aber wenn wir dann im vierten Gebiet waren, gibt's ja da auch wieder drei Nachtmissionen und dann kann man richtig schön mal so zwei für zwei in zwei Parts machen, ihr könnt mir folgen, oder? Deswegen, ja, kurzum, es geht heute ins neue Gebiet. Ja, was mal gucken, wen wir hier berettet haben, befreit haben, so hier, die Streamerin. Ich bin dir echt voll dankbar, dass du mich gerettet hast und so. Ich bin Malti. Ich wollte auf einer Reise neuen Content für meine Follower klar machen, aber meine Kamera ist kaputt gegangen. Krass, oder? Das ist ja einfach eine neue Sponsor. Und ich wurde sogar voll erlaubt, aber ich konnte eh nichts streamen. Ich meine, ist das alles überhaupt echt passiert? Ey, du guckst so schräg. Kein Like von dir, oder wat? Na, das frage ich auch mal andauernd, meine Zuschauer. Naja, das war's. Wenn nicht. Wie jetzt? Du willst wissen, wer ich bin? Na, ich bin voll die bekannte Streamerin. Ich hab Dutzende von Subscribern und so. Ey, ich auch. Hey, was schaust du mich denn so an? Dutzende. Das ist der erste, und das ist erst der Anfang. Dutzende, also mehrere von zwölf, also sagen wir mal 36. Das ist aber, naja. Ich wirst es schon sehen. Alles klar. Die, 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 die. Leute, hauen wir ganz schnell ab. Eine neue Tagesmission. So, ich hebe mir mal mein Material auf, was ich noch habe. Occhin ist ja richtig stark, aber ich hab ihn merkt in der Nachtmission. Ich hab ihn merkt. Ich werd Occhin auf jeden Fall das machen. Hab ich denn nicht sehr schon? Dass er halt fliegende Gegner angreifen kann. Weil dann kann er ja richtig krass patrouillieren. So, trotz der Verzögerung bin ich zuversichtlich, dass unsere Suche nach dem Käpt'n Ulimar erfolgreich sein wird. Aufbrechen. So, dies sind die Gebiete, die du zurzeit erkunden kannst. 100 Prozent, Alter. Da ist das Haus, Leute. Das Haus. Heldenversteck. Die Chancen sind groß, dass wir Käpt'n Ulimar dort finden. Also halte beim Erkunden die Augen offen. Ja, das sieht aber echt so aus, als würde dann noch ein fünftes Gebiet kommen und dann vielleicht noch ein sechstes, was denn nur so ein Bosskampf ist. So würde ich es mir halt vorstellen. Die Platzaufteilung und so. Und halt die Schwierigkeitsgrade immer in den Höhlen. Erkunden. Ja. Auf zum Heldenversteck. Ein neues Gebiet, Leute. Geil. Also neue Pikmin, wir dürften uns ja nicht mehr erwarten, denn wir haben alle Pikmin schon. Müssen Sie sich auch mal vorstellen. Richtig krass. Aber natürlich, wie von den letzten drei Arten, haben wir immer nur zehn Stück. Ich glaube, dann müssen wir noch ein paar mehr Höhlen reingehen. Und ich hoffe, in den Höhlen, die wir, die wir, die uns noch erwarten, sind genug noch drinnen. Weil in vorherige Gebiete zu gehen und vorherige Höhlen zu besuchen, nur um Pikmin zu kriegen? Nee. Das ist mir zu uneffizient, Leute. Es gibt da 86 Schätze insgesamt. Na, weil wir wissen, wie viele wieder in Höhlen sind, ne? Aber guck mal, das Haus vom Anfang des Spiels, vom Tutorial-Gebiet, da wo Olimar ja quasi... Ja, eigentlich sah der so aus, als wäre ihm gar nichts passiert. Ich habe ihn schon gesehen. Er liegt da auf dem Sofa. Ah, ja, an der gleichen Stelle, wo auch er gelandet war. Gut. Hm. Ja, gibt es erst wieder neue Infos über den Ort hier? Ja, natürlich. Gut, aber was ist denn mit Ortschins Schweif? Colin hier. Meine Daten zufolge befindet ihr euch nun innerhalb des Bauwerks. Wenn ich mir eure Position so ansehe, bin ich mir sicher, dass wir recht hatten. Käpt'n Olimar war ebenfalls hier. Ich habe einen Logbucheintrag mit exakten Koordinaten gefunden, in denen ihr euch nun beaufhaltet. Gut. Unbekanntes Gebiet. Die Reparatur der Dolphin rückt in greifbare Nähe. Die verbleibenden Teile müssen sich in dem riesigen Bauwerk befinden, das ich jetzt zum ersten Mal sehe. Mir scheint, dass dort ganz eigene Regeln gelten. Ich sollte beim Erkunden sehr vorsichtig sein. Wie eigene Regeln. Und wir haben noch weitere überraschende Neuigkeiten. Das Raumschiff, das wir in der Nähe des Basiscamps gefunden haben, gehört Käpt'n Olimar. Na, das war doch schon von Anfang an klar. Nachdem wir die Flugdateien analysiert hatten, konnten wir bestätigen, dass es von Hocketate stammt. Und das bedeutet, dass wir nun Käpt'n Olimars Fährte folgen können. Vor eurem Aufbruch habe ich Otschin alle Fährten aufnehmen lassen, die auf dem Schiff zu finden waren. Also Otschin, Marcel, findet Olimar. Alles klar. Olimar Fynn. Klingt doch schon nach letzter Mission. Wir haben einfach alle... Oh, guck mal, Empfehlungen. Ich brauche keine Feuerpigmen. Die sind aber immer so schön stark. Warte mal, ich mach mal... Oh, 80, ey. Ich mach mal so am besten erstmal... Ja, so eine schöne Kombo hier wieder. Hui! So, dann muss ich sich beim Erkundungsrunde schön umgucken, ne? Naja, da kann ich auch mal, stimmt ja, aber... Ich glaube, ich will nicht... Ach, verdammt, ups. Das war ja das Falsche. Ich wollte doch rot. M-m-m. Nein, mach eigentlich, ich hab ihn doch pigenen. Eigentlich hab ich aber nicht ihn doch. So, wie komme ich hier wieder runter, denn? Denn, 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 denn. M-m-m. Wir pigenen bräuch'n nicht, nee. Also, wenn der selbe Weg ist wie vorher, dann ist ja, aber so geil. So, jetzt haben wir hier diese ganzen Viecher hier, oh Gott. Äh, diese scheiß Flöhe, oder was doch immer das sind. Die sind doch irgendwie kleine Flöhe oder Blattläuse, die springen so wie Flöhe. Boah, volle Wegplatte gemacht. So, dih, 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 dih. Ist hier hinter irgendetwas. Ist hier ein Loch? Hier ist ein Loch, oder? Ah, stup, stup, stup. Verdammt. Und ich glaub, ich hab da grad einen Schatz gesehen. An der Pinnwand hing eine Karte. Da, da seht nur, das ist der Hund, den dieser Laubling dabei hatte. Sieht so aus, als wäre er im Moment allein. Sollen wir ihn kalt machen? Ich werde mal nachsehen, was im Logbuch zu diesem Hund steht. Wer hat jetzt einen Eintrag zu? Oh mein Gott. Also, wenn dies die Hündin Moss ist, ist die im Logbuch, die, die im Logbuch erwähnt wird, dann ist dieser, dieser Laubling, er ist, oh nie, mal neue Kreatur entdeckt. Ist jetzt echt ein Gegner. Oh. Na, warte, mal, geh mal schon mal zurück. Das ist mir zu verrückt. Oh, da, der, der Dartpfeil, oder was? Äh, wie komm ich denn da jetzt ran? Warte, könnt ihr da irgendwie da mal ran gehen? Das ist aber schon, muss ich die, die gelben Pikmin da ranfeuern. Also, oder, warte, 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 na, das will ich, warte. Jups. Einfach gegen bashen. Boing. So. Gut gemacht. Boah, ist wohl noch eine Karte? Ist wohl noch ein, wohl noch ein Schatz. Zwei Stück. Okay. Dann kommen sie damit mal einfach ein. So, die Kuhme bestimmt irgendwann eh noch so einen neuen, oh, so einen neuen Stützpunkt. Kann ich mir doch schon eh noch machen. Das ist ja alles voller Gegner. Warte, wann das gerade? Vor so einer Rammattacke? Na, rob auf ihn! Was das Symbol für bedeutet? Ja, der Hund forzt dann einfach. Der Hund forzt. Boah, der fühlt sich hier aus. So. Äh. Oh, und dieser Hund entführt Pikmin? Der hat echt gepfiffen und dann sind die auf seinen Rücken ruf. Ich weiß nicht, was er mit ihnen vorhat. Doch wir müssen alle zurückholen, die er sich schnappt. Hab ich gerade gemacht? Ist er jetzt hoffentlich betäubt, oder? Ey, voll fies. Ich hab ihn noch extra betäubt hier. Düt, düt, düt. Damit den langläuft. So. So. Abtransportieren, Leute. Verdammt, geht nicht. Ich kann ihn nicht abtransportieren. Düt, düt, düt. Oh, diese Steine-Schmeißer-Viecher. Die können natürlich auch nicht fertig sein. Oh, die sind auch noch bei Bomben. Verdammt, können die auch noch Bomben werfen? Oh. Äh. Klopp. So. Düt, 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 düt. Hm, ist er ja nicht. Toll. Okay, danke, Ochin. Für die Suppe. So, hopp. Nein, was zur Hölle? Bin ich jetzt... War ich jetzt die ganze Zeit der Hund? Ich dachte, ich spiele mich selber. So, hopp. Düt, düt, düt. Ich brauche erstmal wieder einen schönen Überblick. Auf der Karte ist er hier... Ja. Oh, weia, oh, weia. Oh, er ist hier mit der Küche, wo wir ja erstmal noch gar nicht waren. Ich muss mich erstmal umgucken. Wir haben ja eigentlich keine Chance weg, die Ramme. Düt, 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 düt. I'm the way. Na doing. Oh, shit. Was ist denn das? Was war das denn für ein Vieh? Okay, das, äh... Das war gerade ein bisschen gruselig. Verdammt, ey, wenn der Hund dann wieder irgendwann aufsteht. Und dann noch liegt er da und ist betäugt. Oh, manja, komm mal. So wurde... Hi, hi, das aussieht. Geh, buddelt da mal rum, ihr Kleinen. Da komme ich bestimmt da oben hin zu dem... Ey, was ist denn das hier? Ist das so ein Seil? Okay, da komme ich aber da oben hin. Ja, okay, gut. Oh, weia, oh, ha. Oh, ha. Ich habe da alle Pekunine geschickt. Wir sind da trotzdem so übelst lange. Ah, hier ist noch ein Startpunkt. Cool. Den muss ich da immer einnehmen. Warte, mach mal hinne. Ich muss mit hinneher. Nicht mit... Der Mann, warum haut die mir denn den Sand in die Fresse? Irgendwann könnt ihr nicht ein bisschen aufpassen. Oh, Mensch, Leute. Mach mal mit. Buddy, du auch mal aus. Oh, sie haben es geschafft. Tunnelbau abgeschlossen. So, jetzt schätze ich mal, dass die alle runtergefallen sind. Super. Äh, könnt ihr da nicht hoch? Wieso könnt ihr da nicht ruf? Warum ist das so weit oben, dass da nicht mal die... Da könnt ihr nicht mal die Gellenpikmung rufschmeißen? Nö. Tatsächlich nicht. Wie komme ich denn da hin? Äh. Dädendendenden. Dädenden. Ey, was war, warum ich das jetzt hier mache? Wie komme ich denn da hin? Ich kann nicht mal rufschmeißen. Die kommen da nicht ran. Na, okay. Dann muss das wohl irgendwie anders gehen. So, kommt ihr mal mit jetzt hier. So. Dädendenden. Okay, erst dann erstmal... Boinks. Und immer eins killen. Äh. Wie schnell sie uns schon wieder auflädt, ey. Und immer zwei gekillt. Oh. So, und dann Basis hierher verlegen. Wuh. Hm. So, nimmt mal alles mit. Dädendenden. Noch ein bisschen was mit Blauen. Dädenden. Wow. Das Ding mitnehmen. Dann noch mal zu den Gelben. Die haben sich auch so schon angestrengt. Einfach ins Zeug haben sie sich gelegt. Hau, hau, hau. Dädendenden. Okay, verdammt. Der Hund regeneriert sich ja wirklich wieder. Das ist nicht so toll. Wuh, 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 wuh. Komm, dann machen wir es nur hier. Ich muss alles einsammeln. So, und mit den Felspigmen kann ich diese anderen Dinger da zerschlagen. Will ich aber nicht. Ihr könnt erstmal hier ins Kissen hier jägen. Wui. Bum. Oh, hau. Den, hau, hau, hau. Jups. Hups. Ich ramme die hier trotzdem mal einfach um. Yeah. Einfach fertig gemacht, ey. Tchung, 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 tchung. Alles mit. Übernimmt alles mit. La, 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 la. Tchung, tchung. Kommt denn da alles runter? Kommt da einfach runter? Ne, ist nur ein Schatten. Tchung, tchung. Ne, dum, bin, dum. Ich gucke weiter. Ist hier nicht irgendwo... Ich will erstmal die Karte vielleicht auch ein bisschen schön aufdecken, ne? Okay, hier oben ist noch ein Schatz drauf. Das weiß ich da. Oh, na, Trap. Hups. 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 Hü. Oh, Mensch, Ochi, ich muss hier erstmal... Ah, ich kann sich nicht so geil in der Luft umdrehen. Also, immer schön richtig hier. Und den ollen Pim hier abstürpseln. Warum nehme ich nicht den ganzen Koffer gleich mit? Weil, wird das nicht... Das sieht nicht auch so aus wie... Oh, was ist denn das da? Also, the Grim, Grim, Grim. Den Roboterarm. Oh, wow, cool. Einfach so ein Spielzeug. Oh, sind das hier... Sind das andere Schweine oder sind die einfach nur aus Eis? Boing, oder sind die normal? Okay, wir sind sofort tot. Sofort tot, ey. Und der wieder vollgeladen. Boing. Das lohnt sich ja hier echt, weil man weiß ja halt, dass die nicht mehr wiederkommen. Die ganzen Viecher, ne? Die bleiben ja dann alle erledigt. Aua, aua. Einfach tot. Neun Schatz gesammelt. Boing. Boing. So, auch tot. Dann können wir eben das hier nochmal mit, das Vieh. Jetzt können wir eben das Vieh nochmal mit. Dimm, 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 dimm. Das Vieh. Alles mitnehmen. Bum, 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 bum. So, und dann jetzt hier auf die fette Regale. Da brauche ich ganz schön viele noch, aber... Ja, einfach machen. Einfach schon mal bauen. Hups, sind noch nicht alle. Ja, die können ruhig mal ein bisschen laufen hier. D, 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 d. So, ich gucke mal, ob ich irgendwie nochmal in eine Höhle reinkomme. Oder eine komische Wubbelvieh da oben gleich plattmache. So. Bitte einmal hier abtransportieren. Nein, nee, nicht mit mir da drauf. D, 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 d. Ja, aber es wiegt da oben hinkommen, ne? Das ist natürlich jetzt noch eine Frage. Wie soll das denn gehen? Boah, soll ich anhalten? Nein, Lauf weiter, Kleiner. Lauf doch mal weiter. So, wir haben ja diese kleinen Viecher. Die können wir auch eigentlich alle killen. Einfach alle umgebracht. So, einsammeln, Leute, sammeln wir das alles daheim. So. Wow, 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 wow. Ups, Kamera ist mal vorher ausgerastet. Das wollte ich nicht. Hau, hau, gut. So, der erste Beat der Karte hier schon mal. Die untere Hälfte ist aufgedeckt. Komme ich in diese Höhle hier noch rein? Ich hoffe, dass ich das noch irgendwie... Oh, hier ist ja Ohna-Watt. Da muss ich bestimmt die Picken drüberwerfen. Hier ist Ohna-Watt. Hier ist ich da irgendwie... Okay, achso, hier sind so eine euren Fahrstühle. Ja. Wie komme ich da hinten hin? Irgendwie hier so da durch die Wand, oder was? Ach, komm, ist ja gerade mal die Hälfte des Tages um, Leute. Ist doch alles noch cool. Umgeboxt. Mitnehmen, mitnehmen. Danke für die Bombe. So. Ich glaube, ich gehe in die Höhle da rein, wo die jetzt gerade eine Brücke gebaut haben. Und bis das soweit ist, habe ich ja noch Zeit, Leute. Ja, dann Rohmaterial abgebaut. Ach, Mensch, ich Idiot. Ich kann doch das da oben runterkloppen. Sag mal, warum fällt mir das manchmal ein und manchmal nicht? Diese Fähigkeit von Otschen, einfach cool zu sein. Ich weiß es doch, Leute. Ich weiß es doch nicht. So. Oh. Achso, weil diesmal klappt es nicht, oder was? Nee, diesmal geht es nicht. Ach, komm, da oben ist ja noch so viel mehr. Da oben ist noch so viel mehr. Nee, klappt wirklich nicht. Aber guck mal, die können da hinrutschen von irgendwo. Okay. Die müssen da irgendwie hinrutschen. Die, 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 die. Na dann, äh, Schwäben. So. Äh. Hm, der Unterschlupf aus dem Logbuch? Unterschlupf? Abgeschlossen. Was für ein Unterschlupf. So, wenn ich bloß wissen, wo die Schiene hier langfährt. Von da ganz oben. Ist da ein Ventilator hin? Nee, aber so ein Ding hier. Den, 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 den. Na, verdammt. Die kommen natürlich da jetzt nicht hin, leider. So, fahr hoch. Ja. Dann fällt ihr einfach hier. So, geil. Hat es geklappt? Hat es geklappt? Ja, geil. Voll beim Werfen einfach. So. Ja, und jetzt würde ich euch gerne alle hier rüberschicken. Hoppala. Nein, Otschen. Guck mal hier. Lassen wir alle hier rauf. Jum, 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 jum. Ja, voll geil. Woo. So, komm, wir holen die Schätze von alleine. Sollte auf jeden Fall hier noch sein. Sollte reichen. Oh, guck mal auf dem Teller. Hier, leckere Sachen. Oh, und auch noch mal so ein Tunnel. Ho, ho, ho. Okay, ich glaube, hier würde ich aber bei der Küche mich erstmal noch nicht so krass aufhalten. Weil das wird alles nachher im, ah, im anderen Gebiet. Oh, ganz viele Knöpfe. Ho, ho, jum. So, Karte haben sie eingesammelt. Sehr schön. Dann, dann, dann. Sorry, ihr tratet jetzt aber sicher weg, ne? Oh nein. Nein. Oh, Mensch. Doofe Eisspinnen. Gibt's doch nicht. Mäh. Oh, was ist denn hier los? Alter, wo tragen die denn hin? Oh, je. Oh, Alter. Oh, Alter. Was ist denn das für ein geiles Ding? Okay, das geht wohl erstmal noch nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Oh, Alter. Voll weggekontert. Okay, tschüss. Ich komme erstmal ab. So, habe ich eigentlich Fallschaden? Kann ich einfach runter? Keine Ahnung. Boah, einfach... Jo, kein Problem. So. So, guck mal. Äh, guck mal. Ey, guck mal. Ich sehe jetzt... Ach so. Die Karten, die ich einsammle, haben das Passwort da für die Höhle. Okay, ich check's, oder? Ich check's. Habe ich echt schon 20 Pikmin verloren? Ne, die sind gerade... Wo sind die denn? Hier. Ne, ach, ne, ach. Die haben wir gemacht. Kann ich ja hier eine 100. So, hier kann ich einfach unter durch, oder? Jo, einfach so. Joa. Leitert halt. So, hier war wieder ein Game Boy Advance Game. Alter, eins, zwei, drei, vier, fünf. Hops. Oh, dir alles mitnehmen, Leute. So, ich hab die Zeit auf jeden Fall im Kopf, ne? Was ist das für ein Game Boy Advance Game? Was ist das für ein Game? Ach, guck mal, später an. Bam, 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 bam. So, sind die jetzt eigentlich da fertig mit der Brücke? Wo sind die eigentlich alle? Da sind doch so viele Pikmin. Ah, die sind alle noch da oben, wa? Ja, natürlich sind die alle noch da oben. Ich hab so viele dahin geschickt, Leute. Könnt ihr mich von hier oben... Könnt ihr mich hier sehen, hören? Ne, ne, ne. Ne, da müssen wir doch noch mal schnell gehen. Mm, 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 mm. Dem werden wir aber hier noch Zeit, aber wir haben richtig viel Zeit. Hat er anscheinend noch irgendwie eine dritte Karte finden? Neuen Schatz. So, kommt mit, Leute. Achso, nein! Oh, die hätte ich da unten hinlenken müssen. Och, Mensch. Die haben jetzt erstmal nur die Karte eigentlich sammelt. Ach, dann können die so ein Seil da machen. Achso. Na gut, vielleicht ist das eigentlich so... Ja, nicht so schlimm. Ich vermisse irgendwie Pikmin. Wo sind denn hier noch welche? Die irgendwie, äh... Habe ich die irgendwo liegen gelassen? Ah, die sind hier noch... Die sind hier bei der fertigen Brücke. Achso. Okay, hab ich hier nur auf dem Sessel wart? Da oben ist halt noch ein Boss, ne? Ah, den schaff ich, glaube ich, nicht. Ich will in die Höhle rein. Aber ich kann noch ein bisschen den Weg bereiten. Da, 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 da. Ah, so viele Gegner schon gekleidet. Ey, das sieht auch wieder aus wie ein sehr, sehr... Nettes und angenehmes Gebiet. So, ob man den wenigsten diesmal, äh... Halt in seine, in seinen, in seinen Maul darin werfen kann. Oh, sieh nur. Nein, nein, ich gucke gar nicht hin. Dieser Hund scheint aufgewacht zu sein. Ah, naja, okay. Ja, der kommt halt aber auch nicht... Solange wir nicht, äh... Solange wir nicht da in seiner Nähe sind, kommt der doch nicht eh nicht zu uns. Ach, wieder so ein Vieh. Hör auf, auf ihn! Ab mit dem Ding! Bum, 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 bum. Oh, der komische Kristall. Was aber doch mal dieser Kristall da macht. So, hups. Hups, 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 hups. Ab transportieren. M-dim, dim, 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 dim. So, und hier haben wir die Höhle voll in so einen Schrank rein. Ups, du! Warum in den... Oh, da kommt der doch hier an. Oh, oh. Der will Ochi ihn fertig machen. Tschüss, in dem... Oh, er ritt richtig hinterher. Wie er vor Erschöpfung, der noch zusammenfällt. So richtig... Oh, das ist aber anstrengend. Rauch mal ab, du aller Hund. Ey, sag mal. Ja, komm her, komm, komm, komm. Das ist so doof, ey. Aber so süß, Boings. So, da muss ich echt verhindern, dass... Dass der da irgendwie so auspflückt. Soll ich ihn nochmal killen? Aber eigentlich nicht. Aber der, der, der tötet die ja nicht, ne? Der will die ja selber entfüllen. Hilfe! Okay, er haut ab. Leute, dann hau ich auch ab. Also, ich geh noch in die Höhle und dann ist der Pater wieder vorbei für heute. So sechs Pigment chillen. Ja, die kommen ja alle mit, ne? Ups. Oder ich mach ja das Team eh nochmal neu. So. Aber wieder ein erfolgreicher Part und ein cooles Gebiet hier. Bin sehr gespannt, was wir noch alles erleben werden. Betreten wir erstmal die Höhle der Doppelgänger. Immer wenn ich Moos hier nach etwas suchen lasse, führt sie mich in die Irre. Es muss hier eine Kreatur geben, die einen Geruch abgibt, der nicht nur Moos und die Pigment verwirrt, sondern auch meine Sensoren. Ein Ökosystem, das auf Täuschung basiert. Mhm. So, wilde Pigment unbekannt. Ja, betreten wir mal, ne? Äh, oh. Gift Pigment, Eis und Wasser sind gefragt. Dann entwickle ich mal meine zehn Gift Pigment mit. Ne, würde aber vielleicht, äh, ähm, 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 mehr, so mehr, mehr Wasser Pigment mitnehmen als Eis Pigment. Okay. So gut. Drem. Jem. Dede. Ob das jetzt kein Fehler, ey. Aber wenn das so eine Höhle ist, dann rechne ich sehr da stark damit, dass wir hier auch wieder neue weiße Pigment kriegen. Ne, irgendwie so. Och, dann muss ich die ja verwandeln, ne? Ah. Na, okay. Ich hoffe, ich kriege ein paar wilde, blaue und ein paar wilde Eis Pigment. Dann werden die gleich investiert. Ja, okay, Leute, aber erst mal wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Part von Pigment 4. Uh, ciao, ciao.